Die Palaske tanzt Lambada zu Lambada und da denke ich mir, hm, wie kann man denn in dieser Sendung Lambada zu Lambada tanzen? Ich meine, man hat auch so geniale Sachen gemacht wie Tango zu Sweet Dreams zu tanzen, hat das denn so vertangot. Ich finde, man hätte Lambada tanzen sollen zu Schnieschner Schnappi. Wäre doch geil gewesen, so eine Lambada-Version von Schnieschner Schnappi. Verstehe ich nicht, warum macht man das nicht? Naja, ansonsten, showtechnisch war das auf jeden Fall gut. Also es war sehr dem Lambada-Video empfunden natürlich und ja, es ging auf jeden Fall erotisch zur Sache, wie man das bei dem Lambada erwartet. Und ich kann da jetzt gar nicht meckern, bis auf das mich halt wirklich stört, dass hier nicht Schnieschner Schnappi zur Lambada-Version gemacht wurde.